Joa Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich klinge ein bisschen erkältet, aber ich habe mir dennoch gedacht, dass ich ein kleines Video aufnehme. Und zwar, wie ihr seht, Overwatch. Und wie ihr seht, habe ich noch einmal 50 Winterlootboxen gefunden. Und diese würde ich jetzt gerne öffnen. Und ich hoffe mal, dass wir alles darin kriegen, was mir noch fehlt. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1, auf geht's. Lootbox Nummer 1. Zwei lila Gegenstände und ein... einmal Credits, einmal Lucio. So, dann haben wir Saria, ein Highlight-Intro. Wow, von hier habe ich noch keins, also rüsten wir es aus. Und ich würde sagen, wir öffnen einfach die nächste. Ei, 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 ei. Ich hoffe mal, wir kriegen ein bisschen was Schönes, was wir noch nicht haben. Ich habe etwas für dich konstruiert. Ah, sexy. Elektrisches Violett. Schöner Skin für Tracer, haben wir noch nicht. Ist super. Weiter geht's. Nicht lang, schnacken Kopf im Dagen. Oh, alles noch nicht. Oh, ein ziemlich langer Spruch. Nice. Oh, Weihnachtskranz. Hm. Wow. Ein sehr aussagekräftiger Spruch. Oh, super. Oh, GG. Wow. Wow. Sehr, sehr tolle Sachen. Weiter geht's. Irgendwie bis jetzt ziemlich Pech von den Sachen. Irgendwie gerade ziemlich Pech, was die Sachen angeht. Ja, aber wir haben ja gerade mal fünf Boxen geöffnet. Oh, wieder zwei lila, ne? Und... Nice. Nice. Anden, den Winter Lucio Skin haben wir bekommen. Und einen Skin für Anna. Endlich mal einen vernünftigen. Ich bin ja im Moment nur im Standard Skin rumgelaufen. Allerdings gefällt mir der Skin. Finde ich cool. Und ich finde die Besten Sprüche so scheiße, Leute. So, weiter geht's. Äh, Lootbox öffnen. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Äh, okay. Haben wir alles noch nicht. Das ist in Ordnung. Das ist das Tracer? Ja, das ist klar. Ja, klar ist das Tracer. Oh, geil. Oh, ein Sombra-Highlight-Intro. Oh, ist das geil. Ausrüsten. Oh, ist das cool. Äh, ja. Bampf. Super. Ich würde gerne nochmal was Legendäres haben. Okay, jetzt bekommt... Also, mir fällt auf, mittlerweile bekommen wir sehr, sehr viele Spieler eigens. Das ist schon mal gut. Und ein Emote von Anna. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Ja, wir haben drei von vier Sachen. Oh, toll. Super. Und... Natürlich. Na-türlich. Gut gemacht. Ich finde die deutsche Stimme von Mercy so schrecklich, Leute. Die ist wirklich so schrecklich. Okay. Nein. What's that? Ein neuer Anna-Skin. Haben wir schon mal zwei Anna-Skins, aber den will ich nicht ausrüsten. Ich fand den anderen ein bisschen schöner. Und hier haben wir einen anderen Widowmaker-Skin, den ich einfach mal ausrüste. 5.565 und ja, ich werde mir mal, da ich krank bin, einmal die Nase schnäuzen. Wow, Leute. Das habt ihr jetzt natürlich nicht gehört, weil ich es rausgeschnitten habe. Oh yeah. Und weiter geht's. Mal gucken. Oh, was lila ist. Wieder Credits. Und ja, wenigstens ein Spray, welches wir noch nicht hatten. Eins ist besser als keins, sagen wir es mal so. Hier auch noch zwei neue Sprays. Icon und Spray haben wir. Wow. Such good. So good. Oh. Was? Die will ich ausrüsten. Auch wenn wir die schon haben. Okay. Das ist irgendwie ziemlich scheiße. Sombra. Das will ich haben. Oder was ist das? Das ist von Symmetra. Oh, ne. Weiter geht's. Äh. Oh. Oh, oh, oh. Ein Reinhard Skin. Ein blauer Kobalt. Sieht nice aus. Aber ich habe Steinhardt. Den finde ich dann doch schöner. Das ist von D.Va. Alles liebe D.Va. Ich finde den GG Spray besser. Und was lilan ist. Für McCree haben wir schon. Die sieht geil aus, die Münze. Oh, Jack Morrison. Nice. Nice. Das ist jetzt irgendwie echt beschämend. Irgendwie ziehe ich gerade. Hä? Ja. Mach doch. Hallo? Danke. Der wollte nicht öffnen. Was ist denn das? Okay. Oh, ich weiß nicht. Sie ist so eklig. Und den Bastion Festlich Spray rüsten wir auch mal aus. Oh. So, Leute. Ich bin wieder da. Der Battle. Der Server hat mich gerade geschmissen. Und ja, wir öffnen jetzt einfach mal weiter. Lootboxen. Ja. Was ist das denn? Upgrader. Okay. Eine Siegerpose von Zenyatta. Und ein Skin haben wir schon. Und ein Skin haben wir schon. Oh, ey. Ich will auch irgendwas Schönes kriegen. Ich will irgendwas Schönes haben. Ein Soldier Emote. Wow. Faust 76. Super. Wow. Ich bin... Aha. Road Rage. Ausrüsten. Und das rüsten wir mal aus. Also, bis jetzt, ganz ehrlich, ist nicht so der geile Shit dabei. Bis jetzt ist echt nicht der geile Shit dabei. Ich will ja auf jeden Fall eigentlich noch den Mace-Skin haben. Den Reaper-Skin habe ich im Übrigen durch eine Lootbox bekommen. Die ich durch Level-Up bekommen habe. Euer Ernst. Euer Ernst. Super. Super angelegte... Kohle. Boah. Was? Der sieht schnick hier aus. Der Bernstein-Mercy. Ja, der sieht geil aus. Also, bis jetzt... Echt. Schade. Nein. Oh mein Gott. Oh. Leute. Ich bin so... Ich bin so glücklich gerade. Oh. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott. Ist das cool. Ich habe den Skin, den ich haben wollte. Jetzt brauche ich nicht mehr weiter unboxen. Nein. Nein, wir machen natürlich noch die letzten 22. Oh, wie cool ist das denn? Und den... Ist das der... Oh, das ist der Weihnachts-Sometra... Äh... Somras-Sumras-Skin. Wie cool. Oh, wie cool. Ich glaube, jetzt fehlt mir nur noch der Winston-Skin. Und... Ein Emote. Lässiger Lacher, ja geil. Ah, finde ich sogar noch. Was? Bräustelle. Geil, ey. Oh, cool. Oh, ich habe ihn bekommen. Jetzt fehlt mir wirklich nur noch ein Skin. Dann habe ich, glaube ich, alle Weihnachts-Skins, oder? Ich glaube, mir fehlt nur noch Winston. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Huh. Sie ist doch nicht nötig gewesen. Ah, die war. Sie ist so toll. Sie ist so toll. Ich weiß auch nicht. Ich mag sie einfach. Haben wir, haben wir. Oh, ey, Leute. Euer Ernst. Okay. Irgendwie kommt jetzt nur noch Shit. Wieder mal. Aber, Leute, passt auf. Vielleicht kommt jetzt Shit und dann kommt gleich der Über-Shit, Leute. Vielleicht kommt gleich der Über-Shit. Oder auch nicht. Ja, da habe ich auf jeden Fall einen besseren Technomanen. Manchen. Nääääää. Ich habe meine Bürokratin. Meine Bürofrau. Was? Ausrüsten. Ah, das ist auch ein Skin. Ich balle lieber den Weihnachts-Skin von Senjata dran. Sieht schöner. Uuuuh. Und? Ah, man. Froxten. Cool. Aber ich würde gerne noch den Yeti-Skin von ihm haben. Weil wenn ich den jetzt nicht kriege, dann kaufe ich ihn mir gleich. Also das Geld habe ich auf jeden Fall über. Den würde ich mir dann, äh, gleich auf jeden Fall kaufen. So. Ah, den Lucio-Wichtel-Skin. Also den Weihnachts-Skin von ihm. Den Anden-Skin. Oh. Mir auch egal. Weihnachts-Lucio. Ganz einfach. Okay. Wir haben 7.000 Credits. So. Rissen wir das aus. Also ich könnte ja jetzt eigentlich, ne? Ey, ich spiele Aiken. Nein. Ich lasse die mal dran. Ich lasse das Diva-Aiken da dran. Und was gibt es hier? Geld. Ein Emote. Der ist cool. Besser als der Lacher. Und einen anderen Soldier-Skin. Coole Sache. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, was legendäres. Ey, wie oft ohne Witz, wie oft habe ich diese Scheiß Emote gekriegt? Ich habe das bestimmt schon 10 Mal gehabt. Wie geil. Geil, ey. So ein typisch deutscher Bist du feige zu kämpfen? Der typisch bayerisch-deutsche. Wie es ja immer gesagt wird. Der Reaper-Spray sieht schön aus. Ähm, fünf Stück haben wir noch. Vielleicht ist noch was Gutes drin. Wäre natürlich nice. Zufall. Nein, ich jongiere nicht. Aha. Ah, nee. Nee, nee. So, was haben wir hier? Ähm, haben wir alles noch nicht. Neue Herausforderer! Ich habe nur einen lästigen Bug ausgemerkt. Geil. Cool. Ähm, drei Boxen haben wir noch. Auf geht's. Oh, was ist das? Äh, eine Farah-Sieger-Pose. Äh, senkrecht Starter. Rüst dich mal aus. Exquisit. Okay. So, jetzt die vorletzte. Äh, ein weiterer Lucio-Skin. Sieht schnieker aus von den Farben her. Und jetzt kommt die letzte Loopbox. Wow. Nehmen wir nochmal ein Weihnachtseigen. So, das waren jetzt 50 Boxen. Wieder mal. Und ich mache es jetzt einfach. Skins. Yeti Winston. Hole ich mir jetzt. Ja. Und den Rüsten war auch aus. Und jetzt sollte ich, glaube ich, soweit ich das weiß, alle Weihnachtsskins freigeschaltet haben. Äh, das war es natürlich. Apropos, mal gucken, 25. Ey, es hat sich echt nicht viel vermehrt, ne? So, alle ich weiß nicht, ey. Vorher war das niedrigste 16. Jetzt ist das niedrigste 18. 17 ist jetzt das niedrigste und das höchste ist 25. Es hat sich echt nicht viel getan, aber ja, wer halt das Spiel unterstützen will, der kauft sich halt ein paar Lootboxen, ne? Gerade so zu Events, also ich werde es auf jeden Fall, wenn mir das Spiel weiterhin so viel Spaß macht, nochmal machen, zu neuen Events natürlich, zum Winter Event jetzt nicht mehr, das läuft ja jetzt noch bis morgen, das Video hier kommt ja am ersten, nee, am zweiten, am zweiten kommt das, also bis heute läuft das Event und ja, danach kannst du die ja nicht mehr kriegen anscheinend, ich weiß nicht, wie es läuft, ob man die dann noch für das Geld kriegen kann, bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch so weit gefallen, falls ihr auch wisst, wie wir das zeigen können, denkt dran, LTAB, ich hoffe, ich werde wieder gesund und wir sehen uns dann bei einem meiner anderen Videos, bis dahin und tschü tschü